Hallo Ladies, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kirsti Koko. Ich bin 56 Jahre alt, gelernte die Blum-Kosmetikerin, Maskenplänerin, Visagistin, sagte man früher, heute nennt sich das Make-up Artist. Ich habe diesen Kanal vor circa anderthalb Jahren ins Leben gerufen. Die Rubriken sind vielfältig. Es geht um Mode, es geht um Beauty, es geht um Hautpflege, es wird ein bisschen gekocht, es wird ein bisschen geschwatzt, was uns Frauen so umtreibt. Es ist ein Kanal Best Ager, obwohl Best Ager kann man das eigentlich sagen, denn das beste Alter ist immer jetzt, so sollten wir es sehen, egal ob wir 30, 40, 50 oder 60 sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr kostenlos meinen Kanal abonniert und beende auch dieses kleine Video, wie alle meine Videos, mit dem Satz, seid gut zu euch.